Bei der GSD wuchs infolge der zunehmenden Wechselstrom-Elektrifizierung der Bedarf nach passenden Lokomotiven. Um diesen zu decken, wurden in den 1970er Jahren die robusten Maschinen der Baureihe S499.02 als Nachfolger der bekannten Laminatka entwickelt. Anders als bei ihrer Vorgängerin wurde der Lokkasten nicht aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, sondern konventionell aus Stahl gefertigt, um die Kosten zu reduzieren. Insgesamt 86 Exemplare wurden zwischen 1975 und 1981 gebaut und bei der GSD in Dienst gestellt, wo sie sowohl im Güter- als auch im Personenzugdienst eingesetzt wurden. Ab 1988 erfolgte die Umzeichnung zur Baureihe 242. Nach Auflösung der Tschechoslowakei gingen alle Maschinen in den Bestand der tschechischen Bahnen und sind dort bis heute im Einsatz. Wie auch beim Vorbild stellt die S499.02 auch im Modell eine Weiterentwicklung der legendären Laminatka dar. Die hohe Modellqualität zeigt sich in der präzisen Wiedergabe des Lokkastens mit den auffälligen durchlaufenden Lüftungsgittern. Diese sind fein graviert und verleihen dem Modell höchste Plastizität. Die darüber liegenden kleinen Maschinenraumfenster sind perfekt bündig eingesetzt und geben den Blick frei auf die detailliert nachgebildete Einrichtung. Ein besonderes Merkmal des Vorbildes ist die Einfassung der Stirnfenster. Im Modell wird diese Einfassung mittels eines separat eingesetzten Rahmens wiedergegeben. Passend dazu wurden auch die neben den Fenstern liegenden Lüftungen als Einzelteile ausgeführt. Ganz besonderes Augenmerk wurde auf die Darstellung des Fahrwerks gelegt, wo zwischen den fein ausgearbeiteten Drehgestellen auch die freistehenden Stangen minutiös nachgebildet wurden. Zur Komplettierung der Pufferbohle für die Präsentation in der Vitrine liegen dem Modell passende Zugrüstteile bei. Auf der Anlage überzeugt das neue Pico-Modell durch hervorragende Fahreigenschaften und die ausgesprochen hohe Laufruhe. Für eine authentische Stimmung sorgen die verschiedenen Beleuchtungsfunktionen. Neben dem obligatorischen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel verfügen die werkseitig mit einem Digital-Decoder ausgestatteten Modelle überschaltbare Beleuchtungen in den Führerständen und im Maschinenraum. Auf diese Weise werden die detaillierten Einrichtungen perfekt in Szene gesetzt. Hinzu kommt bei der Variante mit Pico Train Sound Onboard eine vorbildgetreue Wiedergabe der typischen Geräusche des Vorbildes inklusive landestypischer Durchsagen. Anlage des Vorbildes inklusive Laufruhe Prosím, pozor, hlášet o spoždění vlaku. Osobní vlak, číslo 7423, linky. Jasná, pojedu k návěstidlo, jo? 314. 314, k návěstidlo, červené, návěstidlo, skoro. Dobrý, rozuměl. Zdechi Zdechi Také Zdechi 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 Bis zum nächsten Mal.